Wir haben den Award gewonnen für das beste deutsche Label im Ausland. Wir haben unser Label in London gegründet. Wir sind deutsch ursprünglich, aber waren auf der Central Standard in London und haben dort unser Label angefangen. Das heißt, unsere erste Erfahrung mit einem deutschen Lifestyle-Magazin ist die Bunte. Deshalb ist es für uns natürlich eine sehr, 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 sehr große Ehre, von Bunte etwas zu gewinnen. Es geht wirklich darum, sich auszuleben, alles zu machen, worauf man Lust hat und keine Kompromisse zu machen. Das kann man sehr, sehr schwer finden mit irgendetwas anderem als mit Zwillingen, denke ich. Als Zwilling hat man natürlich auch eine gewisse Telepathie, was natürlich die Sache vereinfacht. Man braucht nicht immer zu erklären und zu erklären, was man meint. Man denkt was, der andere weiß, was der andere meint. Das ist ein großer Vorteil, gerade im Designbereich. Ich habe immer zu begrüßen mit multicolten. mas